Mein Einsatz im Kampf gegen Ebola, so könnte die Überschrift über das Leben im vergangenen halben Jahr von Dr. Sabine Kirchner heißen. Die 55-jährige Allgemeinmedizinerin aus Stolberg ist seit 2012 ehrenamtliche Helferin für die christliche Hilfsorganisation Humedica. Zusammen mit dem Leiter der Abteilung Not- und Katastrophenhilfe von Humedica, Raphael Marcus, war sie zweieinhalb Wochen im westafrikanischen Liberia. Von ihren Erfahrungen während dieses Einsatzes berichtete Dr. Kirchner am 24. März in der Stadtbibliothek Stolberg. Zusammen mit 45 Tonnen Hilfsgütern flog sie Ende September 2014 nach Monrovia. Vor Ort war sie für die Schulung des Personals der Gesundheitseinrichtungen verantwortlich. Infektionsvorbeugung und richtiger Umgang mit Essen stand auf dem Lehrplan. Aber auch die Kontrolle und die Umsetzung der getroffenen Maßnahmen gehörten zu ihrem Aufgabenbereich. Sie besuchte während ihres Aufenthaltes mehrere Krankenhäuser, aber auch kleinere Dörfer, um dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Liberia ist ein am schwersten von Ebola betroffenes Land. Die Seuche kam unverhofft, das Gesundheitswesen lag am Boden. Es wird nicht ihr letzter Hilfseinsatz gewesen sein, aber ob sie nochmal nach Liberia fliegt, konnte Dr. Kirchner derzeit nicht sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017